Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Opening von World of Warcraft. Heute öffnen wir 40 von diesen Pilgerfreunden, aber ihr müsst keine Angst haben, es wird jetzt auch das letzte sein für dieses Event. Also ich werde jetzt nicht die ganze Zeit nur noch Openings machen auf diesem Kanal, aber jetzt bei diesen Pilgerfreunden lohnt es sich teilweise, weil das Buschhuhn ja sehr wertvoll sein kann im Auktionshaus. Aber eben, dann beginnen wir gleich einmal und hoffen natürlich, dass so ein Buschhuhn endlich mal in den Taschen drin ist. Also ich werde da jetzt auch nicht im Schnelldurchlauf das durchlaufen lassen, weil ich auch ein wenig die Reaktion haben will. Mal schauen, ob ich hier jetzt das Glück habe, aber bis jetzt, wie es ausschaut, habe ich jetzt Glück gehabt. Yes! Ja, ihr seht 167.000 steht das, das ist aber nicht der richtige Preis, weil das ist halt einfach so, wenn man das jetzt einfach so ins Auktionshaus haut, aber auf Ehre, da ist es jetzt bei 50.000, das kann ich schnell zeigen. Das ist jetzt wirklich nur halt dieses aufgeschreckte Buschhuhn. Also wenn ich das jetzt so eingebe, ist es natürlich dieser Preis, aber wenn ich nur Buschhuhn, das ist natürlich das Kampfpad, wenn man es einmal im Käfig drin gehabt hat, wird es nur noch 45.000 jetzt auf diesem Server sein. Aber es variiert sowieso immer vom Server her, also das ist sicher mal Glück gewesen jetzt an dieser Stelle, aber wir öffnen jetzt einfach weiter und hoffen, dass bei den weiteren Charakteren auch noch etwas drin ist. Also bis gleich. So, da sind wir jetzt beim zweiten Charakter und beginnen gleich auch hier. Mal schauen, ob ich dieses Mal auch hier bei diesem Glück habe. Bisher noch nicht. Hier haben wir das Spielzeug drin gehabt, aber da ich das habe und das ja nicht wirklich im Auktionshaus verkauft werden kann, sind es halt einfach nur 10 Gold. Noch einmal das Spielzeug, ja, bringt nicht wirklich viel, außer eben diese 10 Gold und hier haben wir leider kein Glück gehabt. Also geht es gleich weiter zum nächsten. Die nächsten 10 Taschen stehen bereit und ja, mal schauen, hier mal wieder nichts. Auch nichts. Und hier haben wir nicht einmal das Spielzeug drin gehabt und dann geht es gleich weiter zum letzten. Nun sind die letzten Taschen dran und lol, gleich zu Beginn. Äh, ja, das Fun hier gehabt. Aber ja, es geht gleich weiter, mal schauen, ob ich noch mehr Glück habe. Nein, nein. Ihr seht, das ist ganz komisch. Ähm, ja, bei diesem Charakter habe ich sogar zweimal das Glück gehabt. Äh, ja, also teilweise hat man wirklich das Glück bei den einen Charakteren irgendwie drin. Beim Hauptcharakter habe ich meistens kein Glück gehabt, also beim Maincharakter. Jetzt aber in diesem Falle schon. Aber, ja, ihr seht, also es kann sich lohnen, diese Taschen zu machen, eben wenn man jetzt da nicht gleich diese Pads sofort verkaufen muss, weil, ähm, ich würde denken, äh, die, ja, die Preise werden wieder steigen, wenn eben die, ja, die Taschen nicht mehr vorhanden sind, beziehungsweise wenn das Event halt vorbei ist. Ja, das war's eigentlich für dieses Opening. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spass. Bis bald! Bis bald! Tschüss! 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 Tschüss!